Schön, dass ihr alle gekommen seid. Freut mich sehr. Und ich weiß natürlich, ihr denkt euch jetzt alle, wow, das wird ein wahnsinnig lustiger Abend. Stermann hält eine Brautrede bei der Hochzeit seiner Tochter. Ich weiß natürlich, dass die meisten von euch auch wegen mir gekommen sind. Tut mir leid, Kina, aber das ist nun mal das Problem von Kindern von Prominenten. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass Kina früher oft gefragt worden ist, sag mal, ist der Papa eigentlich zu Hause auch so lustig? Und Kina hat immer gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich so selten zu Hause war. Nein, ich muss euch alle erstmal enttäuschen, es wird heute keine lustige Rede. Es wird eine sehr persönliche Rede. Ich habe die Rede auch selber geschrieben. Im Fernsehen wird mir alles geschrieben von Autoren. Und ich habe die Autoren sogar gefragt vorher, würdet ihr mir eine Hochzeitsrede für meine Tochter schreiben? Und sie haben gesagt, kein Problem, machen wir. Aber das kostet was. Und das hätte ich selber zahlen müssen. Weil das Ganze wird ja nicht im Fernsehen übertragen. Ich habe es dem ORFE angeboten. Ich habe gesagt, ihr könnt jederzeit live einsteigen, so wie bei Amber Hart und Johnny Depp. Aber sie wollten nicht. Na gut, vielleicht steigen sie dann bei eurer Scheidung live ein. Nein, es wird eine persönliche Rede und eine kurze Rede. Die meisten Hochzeitsreden sind eh viel zu lang. Ich war bei so vielen Hochzeiten schon. Die meisten Reden sind so lang, die Paare sind längst schon geschieden, bevor die Rede zu Ende ist. Es wird eine persönliche Rede und ich freue mich sehr. Ich stoße an auf euch beide. China und... China und... China und... China und er. Mein Gott, na. China und... Fuck. Wilson. Wilson, 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 Wilson. Ich hatte eh eine Eselsbrücke. Wilson. Der Volleyball von Tom Hengs bei Castaway. Wie ist das Leben des Leck dalej. Das открыt.